Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin nur ein Taschengieb Ich hab die Tasche geklaut, aber ich wusste nicht, dass da eine Bombe drin ist Du bist abgehauen, wer unschuldig ist, haut nicht aus Sie waren hinter mir her Schon mal in den Spiegel geschaut? Du musst gut sein Ich bin der Beste Komm her und klau mir die Brieftasche Ist noch da Aber das Geld ist weg Gib her Die Bombe wurde von einem verdeckten Ermittler gebaut Sie müssen diesen Sumpf trockenlegen Okay, Michael, du willst aus der Nummer raus? Dann besorg mir eine Spur Deal Das ist eine große Chance Ablenkung ist das Wichtigste Sehr gut Ich arbeite nicht für die CIA Die Stadt wird bedroht, jetzt tust du es Wir haben es mit einem Komplott innerhalb der Polizei zu tun Es gibt noch eine Bombe? Ich glaub, sie haben sich in der Tür geirrt Wir wurden angegriffen, das waren Profis mit Gasmasken Das sind keine Bullen Der Demonstrationszug setzt sich in Bewegung Die benutzen die Stadt als Spielbrett Wir haben eine Aufgabe Runter! Eine Aggressionstherapie könnte helfen Brian, sie sind leichtsinnig und unverantwortlich Sie können nicht einfach drauf losballern Wenn du das tust, bist du auf dich allein gestellt Brian! Was können wir tun? Wir sind nur zu zweit Steig ein! Wollen sie ohne Plan da rein im Alleingang? Ich bin leichtsinnig und unverantwortlich Krieg ich ne Knarre dämih Herbal Dach geowans in der ganzen Welt Was ist eine Clinic begleben Untertitelung Abschll